Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten E-Scooter mit Sitz vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihnen ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein, also los geht's! Beim Testen des YourBetter M8 wurde mir schnell klar, dass dieser E-Scooter nicht nur ein Fortbewegungsmittel ist, sondern ein echter Lebensstilbegleiter. Mit seinem kraftvollen 350 Watt Motor und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 40 Kilometern bringt er dicht, nicht nur zuverlässig von A nach B, sondern macht jede Fahrt zu einem echten Erlebnis. Die Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh ist optimal, um schnell durch die Stadt zu kommen, ohne dabei im Stau stecken zu bleiben. Ein kleiner Wermutstropfen ist das Gewicht von 16,2 Kilogramm. Für manche könnte es etwas mühsam sein, den Scooter über längere Strecken zu tragen, etwa wenn Treppen oder öffentliche Verkehrsmittel im Spiel sind. Auch die Tatsache, dass man mit einem Preis von rund 499 US-Dollar nicht gerade zu den günstigsten E-Scootern zählt, könnte für einige ein Hindernis darstellen. Der YourBetter M8 sticht jedoch durch seine Einzigartigkeit aus der Masse heraus. Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen auf dem Markt bietet der M8 eine innovative Bauweise mit ausklappbaren Fußpedalen und die Möglichkeit, zwischen Scooter- und E-Bike-Modus zu wechseln. Diese Flexibilität, gepaart mit der großen Kapazität der Aufbewahrungsboxen, macht ihn zum idealen Begleiter für den Alltag und sogar für kleine Einkäufe. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt punktet der M8 vor allem mit seinem Hybrid-Design und der hohen Traglast von bis zu 113,4 Kilogramm. Die Möglichkeit, den Scooter schnell zusammenzufalten und ihn somit leicht zu transportieren, hebt ihn ebenso von der Konkurrenz ab. Zudem sind die breiten Fußpedale auf beiden Seiten nicht nur ein Design-Element, sondern tragen auch zu einer stabilen und komfortablen Fahrt bei. Zusammenfassend ist der Your Better M8 ideal für alle, die einen zuverlässigen, vielseitigen und stylischen E-Scooter suchen. Ob für den Weg zur Arbeit, kleine Einkäufe oder einfach nur um eine Runde durch den Park zu drehen, der M8 bietet eine hervorragende Mischung aus Leistung, Design und Funktionalität. Mit seinen einzigartigen Features wie den großzügigen Stauraummöglichkeiten und der Anpassungsfähigkeit zwischen Scooter und E-Bike bietet er ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Wer bereit ist, in Qualität zu investieren und Wert auf Design sowie Funktionalität legt, wird mit dem Your Better M8 seine helle Freude haben. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche! Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Meine Erfahrung mit dem Super Handy 3 Rad Faltmobilscooter war insgesamt positiv, vor allem wegen seiner Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Seine Konstruktion ist perfekt für die städtische Mobilität, leichte Outdoor-Abenteuer und als Reisebegleiter geeignet. Das verbesserte Design macht ihn besonders benutzerfreundlich und transportabel, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Personen mit Mobilitätsherausforderungen macht. Ein möglicher Nachteil könnte die begrenzte maximale Reichweite von 10 Kilometern sein, was für längere Ausflüge nicht ideal ist. Allerdings bietet der Scooter die Möglichkeit, die Reichweite mit zusätzlichen Batterien zu erweitern, was ein großer Vorteil für diejenigen ist, die länger unterwegs sein möchten. Im Vergleich zu anderen Modellen besticht der Super Handy Scooter durch sein leichtes und faltbares Design, das den Transport und die Lagerung vereinfacht. Die maximale Gewichtskapazität von 150 Kilogramm ist beachtlich und spricht für die Robustheit und Zuverlässigkeit des Scooters. Ein weiteres Highlight ist der komfortable Sitz, er eine angenehme Fahrt garantiert, auch bei längerer Benutzung. Zusammenfassend ist der Super Handy 3 Rad Faltmobilscooter eine hervorragende Wahl für Menschen, die ein zuverlässiges, komfortables und vielseitiges Fortbewegungsmittel suchen. Er eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Stadt, kleine Outdoor-Abenteurer und als treuer Reisebegleiter. Mit der Möglichkeit, die Reichweite durch zusätzliche Batterien zu erweitern und seinem leichtgewichtigen faltbaren Design, stellt der Scooter eine praktische Lösung für eine Vielzahl von Mobilitätsbedürfnissen dar. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Beim E-Flag Slide 6 handelt es sich um einen leistungsstarken E-Scooter, der mit seiner Eleganz und Sportlichkeit besticht. Schon auf den ersten Blick überzeugt das Modell durch sein ansprechendes Design und die hochwertige Verarbeitung. Der Scooter beeindruckt mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 40 kmh und einer Reichweite von bis zu 45 km, was ihn zu einem idealen Begleiter für längere Strecken oder schnelle Erledigungen in der Stadt macht. Der robuste 1000-Watt-Motor sorgt für den nötigen Antrieb, während die 6,5 Zoll Luftreifen zusammen mit den doppelten Stoßdämpfern hinten ein angenehmes Fahrgefühl auf verschiedenen Untergründen bieten. Ein potenzieller Nachteil könnte das relativ hohe Gewicht von 25,5 kg sein, was den Transport ohne Nutzung der Klappfunktion etwas mühsam gestalten könnte. Zudem ist die Ladezeit von 7,5 bis 11 Stunden für manche Nutzer möglicherweise zu lang. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt sticht der E-Flag Slide 6 vor allem durch seine hohe Geschwindigkeit und Reichweite hervor. Viele andere Scooter bieten nicht dieselbe Kombination aus Leistung und Ausstattung, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Geschwindigkeitsliebhaber und Langstreckenfahrer macht. Der E-Flag Slide 6 ist ideal für diejenigen, die einen zuverlässigen, leistungsstarken und stilvollen E-Scooter suchen. Mit seiner hohen Geschwindigkeit, langen Reichweite und robusten Bauweise eignet er sich hervorragend für alltägliche Fahrten in der Stadt sowie für längere Ausflüge. Er ist eine hervorragende Wahl für Pendler und Abenteuerlustige gleichermaßen, die Wert auf Leistung und Komfort legen. Beim Rolectro E-Joy 20 Bleigel handelt es sich um einen äußerst kompakten E-Scooter mit Sitz, der besonders durch seine Praktikabilität und Flexibilität besticht. Seine zwei Körbe machen ihn zum idealen Begleiter für Einkaufstouren oder kurze Erledigungen. Ich habe diesen Scooter speziell für die Bewertung getestet und war von seiner Handhabung und Leistung beeindruckt. Ein objektiver Nachteil des Scooters könnte für manche die Ladezeit des Akkus von 8 Stunden sein, sowie das höhere Gewicht im Vergleich zu einigen anderen Modellen auf dem Markt. Zudem ist die Bleigel-Technologie des Akkus älter als die mittlerweile verbreiteten Lithium-Ionen-Akkus, was sich in der Ladezeit und im Gewicht niederschlägt. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen fällt auf, dass der E-Joy 20 mit seinem kraftvollen 500-Watt-Motor und einer beachtlichen Reichweite von bis zu 30 Kilometern durchaus mithalten kann. Der Scooter ist zudem mit praktischen Features wie einem Akkuladestand und Geschwindigkeitsanzeige am Cockpit, Helmhaken und Seitenstände ausgestattet, was ihn von einigen Konkurrenten abhebt. Zusammenfassend ist der Rolectro E-Joy 20 Bleigel besonders geeignet für Menschen, die einen zuverlässigen und praktischen Elektro-Scooter für kurze Strecken oder Einkäufe suchen. Trotz der längeren Ladezeit bietet er eine solide Leistung und durchdachte Features, die ihn für den alltäglichen Gebrauch attraktiv machen. Als ich den IFLAX Vision X2 unter die Lupe nahm, war ich sofort von seiner Leistungsstärke beeindruckt. Der 1500-Watt starke Motor beschleunigt den Scooter rasant auf bis zu 45 kmh, wobei der Eco-Modus für eine gedrosselte, aber immer noch flotte Fahrt bei 25 kmh sorgt. Mit einem 60-Volt-20-Ampere-Stunden-Lizium-Ionen-Akku ausgestattet erreicht dieser Scooter eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern, was ihn zum idealen Begleiter für längere Stadtfahrten macht. Natürlich gibt es auch Aspekte, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Mit einem Gewicht von 60 Kilogramm zählt der IFLAX Vision X2 nicht gerade zu den Leichtgewichten unter den E-Scootern. Dies könnte die Handhabung besonders beim Transport über Treppen oder beim Verstauen etwas erschweren. Zum Vergleich zu ähnlichen Modellen sticht der Vision X2 mit seiner robusten Bauweise und der hohen Motorleistung hervor. Die Kombination aus schnellem Fahren und langer Reichweite setzt ihn deutlich von Konkurrenzprodukten ab, die oft entweder in Sachen Geschwindigkeit oder Ausdauerkompromisse eingehen müssen. Zusammengefasst ist der IFLAX Vision X2 perfekt für dich, wenn du auf der Suche nach einem leistungsstarken und straßentauglichen E-Scooter bist, der dich schnell und zuverlässig durch den urbanen Dschungel navigiert. Seine High-End-Ausstattung und die Möglichkeit, mit nur einer Akkuladung weit zu kommen, machen ihn zur perfekten Wahl für umweltbewusste Städter, die auf Komfort und Performance nicht verzichten möchten. Der IFLAX Freeride X2 hat mich direkt mit seiner Power und Vielseitigkeit überzeugt. Dieser Scooter bringt mit seinem 2500-Watt-Motor nicht nur ordentlich Leistung auf die Straße, sondern ermöglicht auch eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 45 kmh. Besonders beeindruckend ist die Reichweite von ca. 55 km, die für lange Fahrten in der Stadt oder auf dem Land ideal ist. Auf der anderen Seite ist der Freeride X2 mit einem Gewicht von 44,8 kg und seiner Größe nicht gerade der leichteste oder kompaktes Di-Scooter auf dem Markt. Dies könnte den Transport ohne Fahrzeug etwas umständlich gestalten. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt bietet der Freeride X2 mit seiner hohen Leistung und Reichweite deutliche Vorteile. Allerdings könnte der Preis für manche Interessenten eine Hürde darstellen, besonders im Vergleich zu einfacheren Modellen, die für den städtischen Pendelverkehr ausreichen könnten. Abschließend lässt sich sagen, dass der IFLAX Freeride X2 für alle, die auf der Suche nach einem leistungsstarken und langstreckentauglichen E-Scooter sind, eine hervorragende Wahl darstellt. Mit seiner robusten Bauweise, der hohen Geschwindigkeit und der beeindruckenden Reichweite ist er ideal für alle, die den ultimativen Fahrspaß suchen und bereit sind, dafür zu investieren. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!